hallo freunde heute soll es einmal um das vierte und letzte siegel der macht gehen wo man bekommt was ihr dafür machen müsst gehen wir einmal durch ich befinde mich jetzt an dem spot wo wir das dritte wort der macht bekommen haben hier laufen wir einmal komplett hoch in richtung friedhof und an der ersten kreuzung geht es direkt zum friedhof denn wir müssen drei fragmente vom mond siegel sammeln das dann zusammenführen und im anschluss können wir dann die letzte herausforderung angehen also eigentlich auch recht entspannt im vergleich zu dem was wir beim letzten mal gemacht haben bei den ersten ranken nutzen wir auch schon direkt unsere läuterung die wir bekommen haben und erhalten dann hier oben das erste siegel fragment nun geht einmal zum zweiten wir düsen den weg komplett zurück dürfen wir uns natürlich nicht verlaufen einmal wieder aus dem friedhof heraus und dann bei der kreuzung nach links da sehen wir schon die nächsten ranken dort geht es hin wir nutzen wieder unsere läuterung und düsen einmal komplett nach unten durch da brauchen wir nicht hin und am ende geht es einmal nach rechts über diesen kleinen bach hinten zur höhle dort geht es als nächstes weiter vorher müssen wir natürlich wieder läutern nachdem wir das gemacht haben ist der weg frei und wir können durchlaufen zum nächsten siegel das siegel bzw das fragment befindet sich ganz oben links sacken wir einmal ein und dann geht es auch schon zum letzten und dritten fragment dann wieder einmal komplett aus der höhle raus wir können auch den weg lang laufen ich laufe hier so ein bisschen quer fällt ein aber einfach dem weg folgen dann kommen wir hier auf diese kleine hauptstraße der folgen wir nach links und hinten sehen wir schon das nächste tor das müssen wir einmal öffnen mit dem wort der macht öffnen dafür muss man natürlich ein bisschen näher dran stehen als ich deswegen noch einmal und hier geht es nach rechts die mauer ist gebrochen baumstumpf führt uns nach oben und auch hier wieder wenn wir einmal komplett durchlaufen finden wir das letzte siegel und können nun das ganze kombinieren das macht agatha für uns wir laufen einmal wieder zurück und hier geht es direkt geradeaus zum garten von lilith dort wartet sie auch auf uns ranken wieder vernichten durchlaufen sie wird gleich mitten in diesem garten stehen dort ist sie wir können mit ihr reden sie wird uns ein bisschen was erzählen das ganze skippe ich aber damit es nicht zu lange dauert nach dem gespräch bekommen wir eine markierung die führt uns hierhin ich bin einfach straight der markierung gefolgt und dann kommt ihr auch hier zu diesem tor das müssen wir einmal öffnen düsen komplett hoch dort befindet sich das reagentien was wir von ihr benötigen sobald wir es gelutet haben müssen wir wieder zu ihr zurück das ganze können wir am besten machen indem wir die schnell reise nutzen zurück zur abtei einmal wieder zurück und sie wartet nun in der bibliothek auf uns auch dort eben schnell hindüsen sie wird mit uns sprechen und dann wird sie uns auch automatisch sporten dort taucht sie jetzt auf wir ebenso sprechen mit ihr sie gibt uns ein bisschen mehr story und background und dann setzt sie natürlich auch wieder das siegel zusammen das siegel können wir jetzt gluten nicht vergessen und dann können wir uns auch zur letzten herausforderung aufmachen auch dort können wir eben per schnell reise hin reisen die letzte herausforderung ist ein wenig schwieriger als die vorherigen vorher konnten wir mit brachialer gewalt einfach durchgehen hier müssen wir aber ein bisschen brain power nutzen ich spreche noch mal eben kurz mit agatha und dann schauen wir uns gemeinsam diesen kampf an ich gebe euch ein paar tipps wenn ihr schwierigkeiten habt hoffe ich dass euch diese tipps helfen ich werde aber auch nicht den ganzen kampf durch kommentieren wenn ihr damit keine probleme habt umso besser dann geht es dann später beim ende weiter auch hier müssen wir wieder in vier zügen 16 gegner platt machen und hier ist der way to go das heulen von unserem hund mit dem heulen markieren wir gegner und wenn wir diese gegner mit normalen angriffen töten wird eine aktion zurückerstattet das heißt auf die hunde können wir ohne weiteres markieren anwenden die sterben mit einem angriff egal wie schwach dieser angriff auch ist heißt im endeffekt die hunde können wir ohne verlust killen wenn ihr hilfähigkeiten habt oder irgendwas der art packt ihr in euer deck die bringen euch sehr viel ihr müsst nicht unbedingt so arbeiten wie ich jetzt ich kicke ein hund in den nächsten das ist nicht so effizient was wir stattdessen machen könnten wäre ein hund zu einem dicken kicken mit steinen ein hund platt machen der markiert ist bringt auch nichts wir müssen sie wirklich mit angriffen töten um die aktion erstattet zu bekommen ansonsten die beste kombination ist eigentlich unser hund der dann irgendwie zerfleischen drauf machen kann oder am besten ist natürlich beißen beißen generiert heldenmut und verbraucht ihn nicht deswegen wenn ihr das habt könnt ihr das wunderbar einsetzen erst mal die kleinen hunde weghauen das sind die essentiellen die wir benötigen damit das ganze hoch tickt wir haben vier runden zeit wenn wir in jeder runde vier hunde platt machen die spawn sie mit markieren platt machen umso besser wir müssen aber nicht unbedingt jeden hund mit der markierung treffen es funktioniert auch wenn ihr nur zwei oder drei von den markiert dann bekommt ihr das auch hin und ansonsten versucht gerade in der ersten runde so viel damage auf die großen dicken fetten typen zu machen wie nur geht das hilft euch bzw hat mir sehr geholfen und dann braucht ihr mit den karten eventuell ein wenig glück wenn ihr nicht die richtigen karten habt könnt ihr auch ruhig nachziehen nutzen das funktioniert auch wunderbar und versucht wirklich am anfang so viel damage auf die großen fetten zu machen wie nur geht es ist auch möglich habe ich auch bei einem durchgang geschafft weil die karten mitgespielt haben einen großen fetten platt zu machen das macht es deutlich einfacher im weiteren verlauf aber ansonsten wenn ihr konter habt wenn ihr block hochsetzen könnt oder wenn ihr den hier habt müsstet ihr eigentlich recht safe sein wenn euer hund oder ihr selbst drauf geht wichtig ist dass nicht beide drauf gehen könnt ihr auch einander wiederbeleben macht eventuell sinn dass ihr den zug mit zwei helden mut beendet oder minimum ein helden mut wenn ihr schon die entsprechende passive fähigkeit habt bekommt ihr dann die runde darauf noch ein helden mut zusätzlich und könnt dann direkt wiederbeleben damit euer hund lebt denn markieren ist hier wirklich der way to go falls ihr probleme habt hoffe ich dass dieser nicht ganz so insider mäßige tipp euch dabei geholfen hat das ganze hier erfolgreich abzuschließen ich glaube nicht dass wir irgendwelche schlangen menschen sehen werden aber zu seinen hochzeiten hat set sich eine persönliche armee erschaffen genau wie lilith und ihre kinder es schien eine ungewöhnliche faszination für die verschiedenen reptilien spezies der welt zu verspüren ich bin beeindruckt Das war ja was. Lass ein paar für uns übrig. Dein Schicksal ist Biss. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Wie ich sehe, hat sich bei den Fanatiker-Welt nicht viel geändert. Ich bin beeindruckt. 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 Du warst unvorbereitet. Du warst unvorbereitet. Du warst unvorbereitet. Du warst unvorbereitet. Vielleicht hast du nicht gefallen bei Seth gefunden, aber sein Interesse hast du sicher gewählt. Nun, wo der Kampf beendet ist, können wir natürlich auch in die Höhle eindringen. Wichtig ist, wenn wir gleich das Segenwort der Macht haben, ist das Ganze noch nicht vorbei. Wir bekommen noch eine Karte und auch ein neues Kostüm für den Kampf. Sieht sehr cool aus. Schauen wir uns gleich auch an. Wenn ihr das Ganze eingesammelt habt und gelootet habt, düsen wir einmal komplett zurück. Können mit Agatha sprechen. Wenn wir mit ihr gequatscht haben, bei Lilith Statue gibt es dann auch nochmal Arkanes Wissen. Aber das, wo wir hinwollen, ist einmal nach hinten. Denn hier bei dem Riss können wir unser neues Segenwort der Macht oder Wort der Macht einsetzen. So heißt es richtig. Vorher könnten wir eventuell noch hier die Kiste löten. Unten stehen gleich auch noch zwei Kisten. Dafür bekommen wir allerdings die Schlüssel. Hier liegen auch noch ein paar Tagebucheinträge. Das erste, was wir machen, ist den Altar zu untersuchen. Denn hier bekommen wir die Karte für die Dunkelheit. Als nächstes können wir hier nochmal die Arkan-Schlüssel einsammeln. Zwei Stück an der Zahl gibt es. Hier hinten gibt es nochmal ein Segen von Seed, glaube ich, ist das. Aber nicht vergessen, beide Schlüssel einzusammeln. Denn, wenn wir jetzt nach hinten schauen, dort stehen die beiden Truhen. Hier überall liegen noch Tagebuchseiten. Könnt ihr auch nochmal einsammeln. Und nun schauen wir mal in die Truhe hinein. Bei der ersten bekommen wir nur eine Blaupause der legendären Stufe. Ist in Ordnung, aber jetzt nicht so der Burner. Wichtig und interessant ist diese Truhe. Denn hier bekommen wir jetzt die Montur. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Sieht nämlich ziemlich cool aus. Erinnert so ein bisschen an Assassin's Creed. Wirklich richtig geile Montur. Und der Aufwand lohnt sich, finde ich. Ich freue mich zu sehen, wie du nach all diesen Jahren... Ich freue mich zu sehen, wie du nach oben bist.